Punkt 11 Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten Schöne Worte, doch sie führen in totale Kontrolle und Anordnung von außen, denn Die durch Massen- und Arbeitsmigration gezielt geschaffenen und provozierten Konflikte werden nicht nur die Arbeitslosigkeit und den damit verbundenen Konkurrenzkampf anheizen, sondern auch die Kriminalität auf ein nie dagewesenes Maß steigern. Bürgerproteste und bürgerkriegsähnliche Zustände werden als Fundament dienen, die Menschen weiter in ihren Grundrechten und der Bewegungsfreiheit auf lokaler Ebene einzuschränken und sie in ihren 15-Minuten-Städten wie in einer Haftanstalt gefangen zu halten. Bewegungsfreiheit wird es nicht mehr geben. Sie wird vom CO2-Budget abhängig gemacht und nur erlauben, sich in bestimmten Stadt- oder Ortsteilen aufzuhalten, um das Klima zu schützen und die Sicherheit einer Zone zu gewährleisten. Städte und Siedlungen werden zu 15 Minuten Gigastätten samt radikaler Digitalisierung und Überwachung umgewandelt. Die Bewohner werden rund um die Uhr in Echtzeit überwacht und bei Verstößen mit Bußgeldern, Einschränkungen des CO2-Budgets oder Haft bestraft. Alle Geldleistungen werden ausschließlich in digitaler Form ausgegeben, aber nur an Menschen, die das neue System akzeptieren und ihr Verhalten der Agenda anpassen. Brutale Terroranschläge und Polizeirazzien werden öffentlichkeitswirksam inszeniert, um Kritiker einzuschüchtern, mundtot und handlungsunfähig zu machen. Bevor die Lage komplett eskaliert, werden die Menschen entwaffnet und die Waffengesetze so weit angepasst, dass die Opfer keine Chance haben werden, sich gegen die totalitäre Agenda zur Wehr zu setzen. Der Staat wird die neuen Enteignungsgesetze verabschieden, um willkürlich Eigentum beschlagnahmen zu können. Menschen werden in der ersten Enteignungsphase erpresst, Sanierungsarbeiten jeder Art an ihren Häusern durchzuführen, um die Klimaziele zu erreichen. Wenn sie den Forderungen der Behörden nicht nachkommen und sich weigern, wird in der zweiten Enteignungsphase das Verkaufen, Vermieten und Bewohnen dieser Wohnobjekte kriminalisiert und untersagt. Millionen Menschen werden ihre Häuser und Grundstücke verlieren, in Abhängigkeit vom Staat leben und keine Alternativen mehr zu den 15-Minuten-Städten finden. Der Plan der Eliten ist durchschaut. Es ist an uns, als gesamte Menschheit, dieser Agenda etwas entgegenzusetzen. Und zwar, bevor es zu spät ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017